So und da sind wir auch schon wieder zurück. Die Mission hat geladen und wir fangen nochmal von vorne an. Aber diesmal versuchen wir es leise zu machen. Leise. Warte auf Teamkameraden. Okay, ich habe den auf der Matte. Drei, zwei, eins. Ich habe ihm direkt zwei Schüsse gegeben, um sicher zu gehen. Bist du auch geduckt, so wie ich? Ja, okay. Hier müssen wir es anders planen, Alter. Ich nehme jetzt rechts und du nimmst links. Ja, aber Hedgef direkt. Ich schieße auf den Bauch, Alter. Geht er auch. Tut zwei, drei Schüsse und so ist er. Ja, okay. Drei, zwei, drei. Warte, warte, warte. Warte, der ist aus dem Bild bei mir. Ja, dann geh doch weiter rüber zu mir. Okay, jetzt. Drei, zwei, eins. Gut, perfekt. Bisher klappt alles lautlos. Videoüberwachung? Lol, guck mal, das haben wir gar nicht gecheckt gehabt. Lol, wie geil. Guck mal, das wusste ich gar nicht. Ja, stimmt. Mit der Videoüberwachung, Alter. Das wusstest du, glaube ich, auch nicht. Nein, 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 nein. Ja, hier ist noch einer auf jeden Fall. Oh, das ist eine Videokamera, die weg. Okay. Alter, wie krass es ist, es ist mir gar nicht aufgefallen vorher. Oder ist es dir aufgefallen? Oh, dir hast du die gute Wurst, Alter. Okay, warte. Okay, hier ist keiner. Krass, okay, ich lade nach. Auch. Vor allem die Wache ist hier gar nicht da, die wir hier mal erledigt haben, wahr? Stimmt. Das heißt, die kommt echt nur durch den Alarm. Okay, warte, den will ich mir. Warte, 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 nicht, dass da noch einer ist. Warte, nicht zu nah an. Nicht der Sorge, wo hier noch einer ist. Nee, also hier ist clear. Hier oben, warte, warte, warte. Das nicht. Das ist der Kammer. Ja, da hast du die Kamera. Okay, ich die Kamera, du den Typen, ja? Ja, warte. Okay, jetzt, jetzt, jetzt. Drei, zwei, eins. Was? Headshot, ne, aber noch nicht, Alter. Scheiße, okay, egal. Wir wissen auf jeden Fall jetzt, worum es geht. Guck mal, das auch nur eine Kamera. Okay, gut. Gut zu wissen, ey. Schade. Hätte fast funktioniert, ey. War schon fett, auf jeden Fall. War schon echt fett, oder? Ja, das stimmt. Also mit der Kamera habe ich noch nicht einmal rausgekommen. Nee, also das ist auch für mich auf jeden Fall komplett neu. Ich wette auch für die meisten Zuschauer. Weil ich wette, wer macht das schon wirklich so auf leise, war? Nee, ich glaube keiner. Also ich habe es bisher noch nirgendwo gesehen, weder in einem Video noch sonst wo. So, dann mal los, ne? Ja. Ach nee, laufen. War, ich vergesse es jedes Mal. Ich weiß, wieso es immer bei mir an den Stellen laggt, ohne Scheiß. Hm? Weißt du, wieso es bei mir an den Stellen immer so laggt? Hm? Weil er gerade die Waffen wieder zurückresettet auf den Anfang. Ach, deswegen. Jedes Mal, wenn er das macht, habe ich immer hier einen Lag. Immer. Selbst wenn ich nicht aufnehme. Einfach nur, weil er die Waffen nochmal resettet auf den Anfang. Okay, ich komme Patzer Faust. Ich wieder rechts zu links. Ich renne, ich renne, ich rushe, rushe. Boah, okay. Okay. Boah, ich brauche Munitionen. Hast du voll nicht abgeladen? Nee, weil das nachher ist, ich nirgends mal vor. Oh shit, ja, aber die Slipers, die da liegen, die sind nie voll, Moni. Das ist so wie gebrauchte Waffe, weißt du. Oh, Alter, die machen mir mega viel Damage, ey. Okay. Ich glaube, ich muss meine Granate da hochwerfen. Gut, Straße... Straße ist clear. Nur noch meine Seite ist nämlich clear. Und deine, glaube ich. Komm, ich halte doch auf den drauf, ey. Wie viel hält der denn aus? Alter, dass nicht mal eine Markierung kommt. Gut, da oben ist er, ne? Da war oben einer. Oh, danke, du hast ihn mir weggemacht. Dein Feuer. Oh, dich messer ich jetzt. Du bist jetzt mein Messeropfer. Du bist jetzt mein Messeropfer. Was, das leckt? Okay. Gemessert, gemessert. Ich hab grad ne Waffe gefunden. Guck mal. Picard hat nur so, aber hast du ne Dreischusswaffe. Und gleich wird mir so wieder gesettet. Oh, 100 pro, ja genau, die wird ja hier wieder... Oh, nee, Alter, was ist das denn für ein Bullshit, ey? Battlefield. Was soll das? Wieso resetest du einfach die Waffen? Was soll das? Nee, die Waffe hab ich immer noch. Ey, das wird was dann gemacht, wenn wir wieder rum und sonst fahren. Ja. Aber wieso ist hier die KHK, äh, die KH2002, KH2002 Waffe nur ne Dreischusswaffe, aber in Battlefield 4 ist sie ein Sturmgewehr mit Dauerschuss. Oh, ich krieg von mir gegenüber richtig einen reingedrückt. Oh, ich krieg von mir, 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 ich krieg sie von mir nicht und sie wird extra nicht eine schweb und weil es unnötig ist mir der ersten Zeit hat so weiter oder ein nein 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 oder ein alter ein nein 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 ich bin im arsch Ich auch gerade. Warum gehst du von links nach rechts durch, wenn ich mal fragen darf? Weil ich dich als Typen abschalten wollte, die mir die ganze Zeit auf den Sack gegangen sind und mich die ganze Zeit rangeballert haben. Wir haben es doch vorher nicht selber geschafft. Du warst die ganze Zeit links, in der Ecke hinten. So, ich war die ganze Zeit hinter Haus, wo wir erst durchgefahren waren. Aber ich konnte dort nicht bleiben, weil ich die ganze Zeit dort abgeschossen wurde und ich die nicht getroffen habe in meiner Seite. Hast du da keine Entdeckung? Nein, ich bin offen von deiner Seite aus. Deswegen... Ich bin hinterm Haussegat. Ich habe immer eine Deco. Egal, so Jungs und Mädels, wie auch immer. Somit haben wir die Bisschen überhaupt nicht geschafft, das war so, klar. Äh, ja. Da fast alle Waffen mit Freuengeschaltet ist. Na gut. Somit sage ich erstmal, bis zum nächsten Mal. Euer Sipani, haut rein. Ja, haut rein. Bis zum nächsten Mal, macht's gut und ciao, ciao.